Ich habe gehört, die Wyvern schlafen auf Bäumen. Wollen wir uns einfach zurücklehnen und zusehen? Das wird bestimmt lustig. Ignoriert sie einfach. Ich glaube, das stammt von einem Semirvogel, wie sie in Tevinter gejagt werden. Die Federn sollen angeblich magische Kräfte besitzen. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Wir haben eine Spur der Bestien. Ihr Name. Irgendetwas ist dort drin. Ein Nest vielleicht? Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe ein paar Kratzer von den Gasten, die mich hierher gejagt haben, aber das verheilt wieder. Um die Wahrheit zu sagen, suche ich überhaupt nicht nach Vivern. Ich bin ein Scholar aus Camerland und betreibe Nachforschungen über einen alten Kult der Ava, der hier einst gelebt hatte. Die Kultisten verehrten die Herren des Himmels so innig, dass kein anderer ihrer Götter mehr von Bedeutung war. Ich suche nach ihrem Schreien. Vielleicht könnte ich ja die Augen offen halten, während ich auf der Jagd bin. Als sie aus ihrer letzten Zuflucht vertrieben wurden, haben sie den Gerüchten zufolge einen gewaltigen Schatz in der Obhut ihrer Göttin zurückgelassen. Aber der Berg hat mich besiegt. Bitte nehmt meine Aufzeichnungen und findet heraus, ob sie euch irgendwie nützlich sind. Ich werde versuchen, es zurück ins Lager zu schaffen. Viel Glück, Sarah. Sind das natürliche Wesen oder hat sich jemand erschaffen? Je schneller wir diese Jagd hinter uns bringen, desto schneller sind wir im Chateau, um unsere Aufgabe zu erledigen. Er zittert vor den mächtigen Jägern. Nicodemus! Nicodemus! Habt ihr vielleicht zwei Jagdhunde gesehen? Ich rufe und rufe, aber es hat einfach keinen Sinn. Tja, Nicodemus sollte es besser wissen. Aber Sylvain hatte noch nie auch nur das kleinste bisschen Verstand. Beruhigt euch und erzählt mir, was passiert ist. Meine Hunde sind verschwunden. Sie sind hinter einem Hirsch hergejagt. Nur der Erbauer weiß, wo sie jetzt sind. Bitte, ihr müsst mir helfen, sie zu finden. Ich sage euch Bescheid, wenn ich eure Hunde finde. Möge Andraste euch leiten. Wer meine Hunde findet, wird gut dafür bezahlt werden. Das ist ziemlich viel Blut. Stammt es von der Beute oder von einem Wyvern selbst? Ich habe gehört, sie kämpfen um die Vorherrschaft. Dabei gehen sie bestimmt nicht sanft miteinander um. Vielleicht können wir damit ja mögliche Rivalen rauslocken. Reicht das mit dem, was wir schon haben, um einen aus seinem Versteck zu locken? Ich schätze schon. Zumindest einen kleinen. Und mehr brauchen wir vermutlich auch nicht. An der richtigen Stelle? Bestimmt. Das muss der Altar sein, den dieser merkwürdige alte Kerl erwähnt hat. Was besagen seine Notizen? Das muss zu finden. Ich schätze, dieser Scholei hatte zu Ich hab Ich schätze, dieser Scholei hatte Das war's für heute. 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 Das war's für heute.